Musik Ich bin jetzt im 19. Jahr hier bei Rausch. Da sind zu sogenannten Schokoholics und Schokolatiers ausgebildet worden. Wir hatten da einen Kurs und somit unser Wissen weiterzugeben. Und hier in der Schokoladenmerkstatt, das machen wir jetzt sechs Jahre. Musik Ich liebe Schokolade. Schokolade ist Glück und Liebe. Und ich möchte die Gäste, die hierher kommen, für unsere Schokolade begeistern. Also das ist mir ein Anliegen und somit auch das Credo hier, was ich gerne verbreiten möchte. Musik Schokolade macht Menschen glücklich. Als Kind wurden wir mit Schokolade schon getröstet. Und das geht auch bis ins hohe Alter. Wenn Sie das Wort Schokolade in den Mund nehmen, werden Sie einen wirklich schönen Gesichtsausdruck bekommen und somit auch das Gefühl nach außen tragen. Musik 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 Musik